Kurzer Disclaimer, ich war bis vor kurzem Nitrado-Partner, bin aber jetzt zu die Portal gewechselt, weil ich mit Nitrado nicht zufrieden war. Dieses Video hier hat allerdings nichts mit meiner Position als Partner oder Ex-Partner eines Server-Hosters zu tun, sondern soll lediglich euch helfen, über die aktuellen Geschehnisse rund um die seltsamen Snail-Game-Deals zu erfahren. Da wir das jetzt aus dem Weg geschafft haben, puh. Im ARK-Server-Admin-Discord wurde ein Dokument sehr lebhaft diskutiert, das Snail Games USA schon im Juli offiziell gemacht hat. In diesem Dokument geht es um eine Vereinbarung, die Snail Games USA mit dem Mutterkonzern von Nitrado, der Mabis GmbH, getroffen hat. Mabis GmbH investiert ein bisschen mehr als 4 Millionen Dollar in die Entwicklung von ARK Survival Ascendant. Im Gegensatz dazu bekommt Mabis, also Nitrado, exklusive Server-Hoster-Rechte für ARK Survival Ascendant. Aber dieser Deal geht noch weiter. Sollte ARK Survival Ascendant nicht bis zum 31. Oktober für die PC-Plattform herauskommen, dann weitert sich diese Exklusivität auch auf ARK Survival Evolved aus. Es gibt dann noch eine Klausel, dass diese Finanzierung, sollten sie den Termin einhalten, allein durch ARK Survival Ascendant abbezahlt werden soll. Sollten sie den Termin aber nicht einhalten, hat Mabis das Recht, 20% von quasi allen Verkäufen innerhalb der ARK IP zu bekommen. Also ARK Survival Ascendant, ARK 2, ARK die Serie und so weiter. Snail Games USA ist auch dazu verpflichtet, Mabis über jegliche Planung und Entwicklung von ARK Survival Ascendant zu berichten. Planung der Entwicklung, Timeline des Releases, Businessplanung, Marketing und so weiter. Im Prinzip muss Snail Games nun an Mabis Bericht erstatten. Mabis ist auch berechtigt, mit Ankündigung vor Ort diese Berichte auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Sollte Snail Games USA aus irgendeinem Grund bankrott gehen, dann wird Mabis eine niedrigere Priorität haben, wenn es darum geht, die bestehenden Assets zu Geld zu machen und an die Gläubiger zu verteilen. Allerdings würde Mabis noch vor den Shareholdern ihr Geld zurückbekommen. Das ist interessant zu erfahren. Das ist jetzt aber mal die grobe Zusammenfassung der Vereinbarung. Aber kommen wir jetzt einmal zu dem problematischen Punkt und das ist die Server-Exklusivität von ARK Survival Ascendant und eventuell sogar ARK Survival Evolved. Wir hatten uns ja bereits gedacht, dass offizielle Server wieder von Nitrado gehostet werden. Diese Papiere deuten aber an, dass Nitrado auch die exklusiven Rechte an privaten Servern haben wird. Mit einer Ausnahme. Ihr hostet die Server bei euch auf eurer eigenen Hardware und eure Server sind nicht kommerziell. Hier wird aber klar gesagt, dass ihr den Server besitzen müsst. Bei Hostingfirmen gehört euch der Server ja normalerweise nicht, sondern ihr mietet ihn. Der Exklusivitätszeitraum beträgt sieben ganze Jahre. ARK Survival Evolved ist bis einschließlich der jetzigen aktuellen Version von der Regelung ausgenommen. Nun kommt aber der Knaller. Sollte ARK Survival Ascendant nicht bis zum 31. Oktober erscheinen, dann wird diese Exklusivitätsklausel auf ARK Survival Evolved übertragen. Sollten andere Hoster dann ARK weiterhin als Server anbieten wollen, müssen sie sich laut des Agreements an Mabes wenden, denn diese können dann die Server-Lizenzen an diese Firmen anbieten. Vermutlich gegen Bezahlung, aber in dem Fall hätte Mabes auf jeden Fall die Konkurrenz in der Hand. Das Stichdatum, wann diese Folgen für uns sichtbar werden könnten, ist also der 31. Oktober. Nun aber zu meiner Einschätzung. Bitte bedenkt, dass das hier meine eigene Meinung und Interpretation basierend auf diesem Schriftstück ist und dass ich auch durchaus einige Passagen missverstehen könnte, denn amerikanisches Vertragsenglisch ist jedermanns Endgegner. Es gibt nun mehrere Gründe, warum das passiert sein könnte oder passieren konnte. Ich habe gehört, dass Snail Games pleite sein soll. Das halte ich es allerdings für unwahrscheinlich, vor allen Dingen, da die Geschäftszahlen ja alle publik sind. Diesem Agreement vorausgegangen ist, dass Snail die Serverkosten für die offiziellen Server nicht mehr bezahlt hat, und zwar seit März. Das ist tatsächlich eine häufige Taktik, um Geschäftspartner in eine Einigung zu drängen. Es könnte natürlich auch sein, dass von vornherein klar war, dass die Server Kosten Teil der Vereinbarung waren und dann muss man die Vereinbarung ja auch erst treffen, bevor irgendwas passiert. Aber als Beispiel für Rechnungen nicht bezahlen, obwohl man das Geld hat, würde mir jetzt Twitter einfallen. Als Elon Musk Twitter übernommen hat, hat er quasi keine Rechnungen mehr bezahlt, weder für Miete, für seine Büroräume noch Gebühren für die Serverinfrastruktur, um den Gegenüber dazu zu zwingen, mit ihm zu verhandeln. Denn für die Firmen ist es oft wichtiger, die Klienten zu behalten, als sich zu verlieren. Selbst wenn die Summe danach niedriger ist als vorher. Snail Games ist allerdings einer von Nitrados größten Kunden. In der Vergangenheit hatte Nitrado vor allem mit Kürzungen, Kündigungen und einem generellen Shitstorm zu kämpfen, bei dem sich ehemalige Mitarbeiter über ihre Arbeitsbedingungen beschwert haben. Eine nach Angaben entlassene Mitarbeiterin berichtete auf dem Jobportal Glassdoor, dass der Lohn so niedrig sei, dass Mitarbeiter obdachlos seien und in ihrem Auto schlafen müssten, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr mit dem Lohn bezahlen konnten. Und das ist natürlich alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil auf Glassdoor jeder schreiben kann. Allerdings überlappen sich Berichte dieser Art auf verschiedenen Webseiten. Und auch ich persönlich habe in diesem Jahr mitbekommen, wie im deutschen Bereich eine Handvoll Mitarbeiter auf einmal alle weg waren. Nitrado hat also ein großes Interesse, Snail Games als Kunden zu behalten und ist daher eher gewillt, in Verhandlungen einzutreten, auch wenn einige Monate keine Rechnung von Snail bezahlt wurden. Ihr seht, diese Story ist also ein bisschen komplizierter als nur Snail ist pleite und Nitrado haut sie raus. Es könnte genauso sein, Snail zwingt Nitrado zu Neuverhandlungen in Serverfragen, beides durchaus möglich. Ich warte jetzt erstmal ab, ob sich andere Server-Hoster deswegen zu Wort melden. Es gibt jetzt zig Hoster, die ARC anbieten. Und alle werden betroffen sein. Sollte ich also mehr erfahren, lasse ich es euch wissen. Und falls ihr weiterhin Fragen, Anmerkungen oder Kommentare habt, wisst ihr, wo ihr sie schreiben könnt. Und zwar in die Kommentare hier drunter. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!